Hallo Miteinander und Willkommen zu Hotel. Ja, das war 25 Jahre. Ja, seht ihr schon wieder? Ja, bla bla bla. Und so weiter. Ja, ich nehm wieder auf und... Mir scheißegal was ihr rumflamt und so rumhäut und so. Und es wieder mit Handy auf und so'n Scheiß. Mir scheißegal, ich bin nicht Geldgeil. Antwort. So, ja. Was ist denn in der letzten Zeit so alles passiert? Naja, Umzug. Neues Update von der Erdoscores gesehen. Es wird installiert, aber noch nicht das Downgrad draußen. Ja, und ich als Nord hier. Nord und Gefährte und dann noch Werwolf dazu. Kann die Erneuerung richtig sehr glücklich schätzen, dass sie es so weit geschafft haben. Wir sind immer noch beim Einräumen, Umräumen und etc. Und was ihr auch immer sagen wollt. Jedenfalls wollte ich hier gerade eben nochmal diese Mission noch machen. Erstmal zurückreisen. Weil... Erstmal muss ich nochmal sagen, dass wir mal umgezogen sind. Vor ein paar Wochen schätze ich mal, ja. Da konnte ich erstmal nichts hochladen und so. Ja, kleine Information. Ein Deck. Erstmal muss ich was trinken. Trinken ist was schönes. Und jetzt wundert ihr euch, äh... Äh... Wieder vom Vorneanfang und so ein Scheiß, äh... Ne? Ja, ist aber nicht so schlimm, weil... Der ist hier schon hochgestuft mit Stufe 23 als... 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 Himmelsrand hält. Also im Nord. Und äh... Leiter der... Ja, halt's im Auge bitte. Okay. Und Leiter der Akademie von Winter... Äh... Winterfeste. Das sieht man hier in dem Gewand. Das ist, äh... Die Erzmagierrobe. Wenn man die komplett, ähm... Freischalten... Äh... Wenn man die... Magiergilde, also die Akademie durch... Durchzockt. Bekommt man die Erzmagierrobe und den, ähm... Ähm... Oh Gott, das will... Äh... Wie heißt dieser... Äh... Wie heißt dieser... Wie heißt diese verdammte Maske... Hevor... Hevorak oder... Modokai... Modokai... Genau. Modokai. Nicht Hevorak. Hevorak war... Hevorak war der... Andere, der... Von der Hauptquest... Und... Jetzt frage ich mich, äh... Was soll das hier passiert? Ähm... Warum stehen hier drei Gaffer rum und... Die silberne Hand. Die beiden stellen kein Problem ergab. Wir haben dann doch noch den Mut aufgebracht, ihr Maske an. Die silberne Hand. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, ihr Maske an zu... Die silberne Hand. Die beiden stellen kein Problem ergab. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, ihr Maske an zu... Okay, das war jetzt ein kurzer... Ein kurzer Leck, aber... Ja... Ver... Scheißwand an. Was ist hier passiert? So... So... Hier... Was... Ja... Und das... Ihr wisst auch ganz genau, warum ich hier... Ein paar Gefährtenquests gemacht habe und warum ich hier auf... Epischerweise... Stufe 23 bin... Ähm... Und jetzt rieche ich schon wieder mit dem Wasserfall... Ich bin irgendwie... Irgendwie motiviert... Irgendwie dieses Spiel wieder ein bisschen zu let's playen. Wegen diesen... Wegen diesen neuen Updates. Ganz einfach... Während man... Ein Pferd hat... Das kann ich... Das habe ich bei... Bei den anderen Accounts schon gemacht... Da kann man mit dem... Pferd jetzt reiten... Während... Ähm... Den Kampfes... Einfach das Schwert zücken... Also mit einer... Einen Hand Schwert... Und mit einem... Zwei Hand Schwert... Kann man das machen... Und dann habe ich dann noch was gesehen mit... Ähm... Fallen Bogen... Aber das ist dann... Das sieht dann aus wie so... So ein... Britanischer Bogenschütze... Aus... Rennen... Oh Gott... Es will Hilfe... Um Gottes Willen... Hilfe... Ich rede wie... Wie ein Wasser... Ich weiß auch nicht... Warum ich so... Krass motiviert bin... Und warum mir jetzt hier... Schon wieder alles... Geflamed... Ja... Ich glaube... Es ist schon wieder... Gehangen... Oder? Naja... Ich... Schreib mal kurz später ein... Und ich... Kann mal ganz kurz... Jedes Spiel verlassen... Und wir sind... Bis gleich... So... Das hätte ich ja irgendwie gewusst... Dass das hier... Irgendwie... Ich wollte mir anschreien... Also... Wirklich... Ohne Scheiß... Ähm... Naja... Ich habe auch noch rausgefunden... Dass... Ähm... Ein weiteres... Äh... Ein... Ähm... Ähm... So... Ein weiteres DLC rauskommt... Für... Für... Die beiden stellen kein Problem... Für... The Elder's Lord Scrolls... 5... Skyrim... Da... Sie hatten da... So... Jetzt... Habe ich aber die Schnauze gestrickt voll... Das... Das hier immer wieder... Oh... Oh... Die silberne Hand... Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen... Und... Gior Vaskar angegriffen... Wir konnten sie abwissern... Aber... Der Alte... Kurtlack... Er ist tot... Aber das tut mir leid... Kann sonst noch jemand zu Schaden? Nein... Aber sie haben sich mit all unseren Wutratfagmenten aus dem Staub gemacht... Diese Wichser... Doch ihr und ich... Wir werden sie uns zurückholen... Wir werden den Kampf in ihr Hauptlager tragen... Niemand wird übrig bleiben... Um ihre Geschichten zu erzählen... Nur die Lieder von Jor Vask... Werden erklingen... Wir werden Kurtlack rächen... Und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben... Ja... Ein Schrecken mit einem Werwolf-Gesicht... So... Naja... Ja... Ja... Ihr seid gar nicht so dumm wie ihr aussieht... Achja... Warum... Ja... Ist ganz einfach... Ich bin... Auf die Sturman... Sturman... Auf die Seite gegangen... Weil... Was ist ein wahrer Nord... Ist... Kämpft auch für Symmetrant... So... Genug geredet... Genug gequatscht... Genug gesprochen... Genug gequatscht... Äh... Und so weiter und so fort... Bla bla bla... Ähm... Jetzt geht's erstmal richtig... Ähm... Den... Äh... Was hab ich gelesen... Bei... Die Elder Scrolls... Lasst keinen Namen leben... Die Elder Scrolls... Newsseite... Hab ich gesehen... Dass... Dass... Ein weiteres DLC rausbringen wollen... Das heißt... Auf Englisch heißt es... Heard Fire... Also... Heard Fire... Heard Fire... Herz Feuer... Und da hat der Entwickler richtig was... Äh... Ähm... Naja... Er hat mal Minecraft imitiert... Also... Nachgemacht... Also... Nachgemachte Minecraft... Kommt hier in Elder Scrolls rein... Also... Naja... Ihr baut ein Haus... Könnt ein eigenes Haus bauen... Könnt... Dort... Zum Beispiel... Kinder dort rein tun... Ihr müsst... Ihr müsst euer Zuhause... Gegen Ries... Gegen einen Riesen... Habt ihr euch schon als Saldner... Versuch... Verteidigen... Vielleicht genau das Richtige... Du... Jetzt mal bitte schön die Klappe... Danke... Und... Naja... Da hab ich dann gesehen... Ihr könnt dann eine eigene Schmiede bauen... Ein... Also... Eigene Schlösser... Ein... Eigene... Familie gründen... Und so weiter und so fort... Also... Also... Dafür... Freue ich mich sehr... Wohl... Aber als erstes wird's... Man definitiv wieder für die Xbox rauskommen... Dann für den PC... Und dann... Wir... Dann spätestens für die PS3... Und das... Irritiert mich immer wieder... Wie lange das kommt mit dem... Mit dem... Ähm... Update von Dawnguard... Also ich glaube... Da müssen wir... Eine Kutsche mieten... Und... Uh... Das wird... Und das ist über zweit... Aber ich geh erstmal in Prisenrein... äh... Prisen nach... Prisenheim... Rein... Und dort mir erstmal ein paar Sachen zu holen... Wovor es hier losgeht... Wovor es hier losgeht... Julia ist ja oben... Und das kriegt man wenn man... Bei den Sturmbandeln zusammen ist... Ja... Das... Äh... Ja... Genau... Das ist die Maske die ich meinte... Die Molokai Maske leider gibt's... Äh... Leider ist der Back nicht mehr... Äh... Leider behoben... Das tut mir jetzt echt leid... Echt leid... Giga... Und dann muss ich dann hier... Noch... Kartons und so weiter dann noch... Äh... Äh... Packen... So... Und... Bevor es hier irgendwie losgeht... Geh ich dann erstmal nach dem anderen Stern... Ich hörte, dass ihr diese widerlichen Hexen zur Strecke gebracht habt... Gut gemacht, Gefährte! Ja... Der freut sich da übrigens... Ja... Danke... Uhhh... Oh Gott... Hilfe... Jetzt muss schon wieder was reden gehen... Solange man hier kein Fernseher hat... Ne... Solange hier kein Bild ist... Hier mit Fernsehen und sowas... Dann kann ich hier erstmal ein bisschen spielen... Internet geht ja was wohl oder so erstmal noch nicht... Dann kann ich das erstmal so alles voll Schnauert machen... Aber das wird's... Das... Ob ich das hier hochlade... Ja... Das wird lustig... Hehehe... Und ich werde schon sehen... Jetzt wieder einige schreiben... Kommt in der HD... HD... PV... TV... PR... Karte... Leute... Schreibt das nicht noch einmal... Ich... Bin... Arm... Wie ne Kirchenmaus... Mir reicht das schon aus hier... Dass ich das hier aufnehme... So... Eigentlich könnte ich jetzt mir ein Pferd kaufen... Aber... Ob ich das Geld habe... Ja... Habe ich auch... Ey... Ey... Sag mal... Schon wieder 5000... Ey... Sag mal... Ey... Sag mal... Woher habe ich das Geld? Soll ich euch mitnehmen? Achso... Wohin soll's gehen? Nach Dermannstern... Schau doch wieder hinein... Dann sind wir weg... Ja... Ich werde erst mal nach Dermannstern... Weil... Schautet euch lieber beeilen... Na ja... Halt den verdammtes Maul... Ich will nach Dermannstern... Und dort diese... Diese verdammte... Äh... Bum 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 bum... Wie heißt das... Wie heißt das... Wie heißt das... Diese Scheiß... Festung von... Von den... Silbernen Handtöten... damit ich ja diese quest schaffe und dann in kotlack weiß mir eine besucher stadt wegen links vom stralala wir müssen ja komplett geradeaus und war etwas drauf hier mit kunde von damann der mann stern ach nie hier diese und der gärtner willensgeil hat das immer sich wirklich hoch hochladen okay ich bin ja weg vom haus sieht es keiner sieht es keiner okay jetzt frage ich mich ob ich die besseren gestalten lieber behalte wegen down guard ja du kommst du an die hoch was sollen der scheiß ja wegen down guard gegen diesen neuen parks ja das 99 box gibt es auch damit wenn man das dsc-paket hat das erste dsc-paket es kommt dann noch ein zweites dazu ich renne einfach durch hier und wenn mich jetzt irgendein idiot mich hier erwischt dann hat das mit dem werbeuf zu tun ich will nur bloß ja erst mal schnell schneller da sein weil die fähigkeit des besseren gestalten ist richtig geil zuerst deswegen die blutgehr und dann zweitens man hat nur bloß kaum zeit oder das hält kaum an das ganze man kann sogar den besseren gestalten hier richtig krumm schreien das war mein bruder der urgen kanal youtube kanal hat erst mal dichter oben erst mal niedermitteln ja niedermitteln was ist er denn ja kommst du da hoch oder was blutgehr verlängert blutgehr verlängert und dann kommt da noch eine hoch oder was ja 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 ich glaube ich werde diese ich glaube ich werde das hier vermissen nicht so jetzt muss jetzt mal wieder wieder zig acht oder vier stunden warten wegen blablabla und so was ja und dann sieht er oh mein gott er ist neu hilfe so flatsch und du trägst zu viel warum tragisch zu viel du kannst nicht rennen und von wegen ich trage ich trinke nicht zu viel das ist ja 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 wir alles beim alten wir rein ich habe das nur bloß gemacht hat ich habe das nur bloß gemacht wegen bei sie waren in hand darum wo der andere wird ist weiß ich jetzt nicht ja und mein bruder drücken youtube kanal link in der beschreibung wenn sich wenn sich dazu lust habe es in der link in dem link zu zu machen so danke so beschwollen ist da jemand und erstmal richtig schon mit der eis eissturm erstmal alles wanted machen wieso nicht genügend magiker gekonnt ist gekonnt so ein paar geringe magiker eine normale magiker eine starke magiker und so weiter ich habe keine lustige anzuschreien also die sterben wieso bin ich so mit motiviert ey ich ey kommen ein paar tage nicht mal hier irgendwas let's play und so was wie wegen wegen umzug und umzugsstress und so weiter und so fort ne und jetzt hier jetzt kassier wie sind die der mistik galleon das war schön das funktioniert richtig prächtig mit dem mit diesen eissturm man muss nur bis zwei oder drei mal sehr einfrieren dann dann sind sie tot oder einmal dann sind es erst mal richtig schwach wegen der ausdauern so weil ich bin ja so eine halbe eis magier naja sagen wir mal als feier magier erst mal war ich mit feier feier magier richtig rum experimentieren jetzt laufe ich hier mit einem schwarzen beschworen beschworenen links rum dann habe ich paar ein paar bücher runter gemacht und was mit ihr licht immer licht mutter schmiede schmiede hammer und dann bloß das hat auch das hat irgendwas mit schmiedekunst was zu tun aber leider nicht für uns auch artepäden stufe heute gibt mir mal was schwereres hier artepäden stufe kann ich schon aus der hand die sei denn ich bin jetzt hier stufe und sag mal 52 ich möchte mir jetzt die trieche ab hier was haben wir denn hier stark ausdauer eisenstiefeln nämlich nicht mit dass ich scheiß drauf und spiel ist meine schwarzer blut sperrt wenn ich schmerzen wir verschwunden Prozent die Tür das kriegte die Tür hier auf dieser Bischof und dieser Bischof um die Kassel nicht hier Prozent ich hab's doch gerade ah ja ok hallo oh Zwiebel, du bist tot das ist doof und das nehme ich mit Stahlbauen, Stahlbauen Stahlbauen weil wegen dem Update, also wenn man jetzt das DLC Down Guard hat kriegt man dann noch und wenn man jetzt 100% Schmiedekunst hat oh schön mach das nochmal und du bist tot oder sag das nochmal und du bist tot kein Sehnenstein ist groß genug ja dann habe ich keine schwarzen Sehnensteine mehr das kann ich essen ein augischer Bogen, die brauche ich nicht ich habe ja einen beschworenen Bogen eine Truhe eine Rolle des Chaos nehme ich immer mit also den Spruchräumen müsste man Sicherheitshalber mitnehmen weil das ist ja auch sicher hier ist immer was hier ist was zu essen meistens da ist immer was zu essen drin also hier der Wilkars wir werden sie büßen lassen der kann mir zwei Hand Waffen mir beibringen das ist auch gut so und hier dieser komische Eolon Graumenier der kann mir die Schmielkunst ein bisschen verbessern wenn man jetzt die Himmelsschmiede benutzt kann man dort diese Trauger Zeug schmieden und dann noch hier die daedrische Rüstung also hier von von den alten Nordhelden das sieht sie auch richtig episch aus aber das erkläre ich dann das höre ich dann euch beim anderen Charakter da ist sie dann da sieht sie dann richtig overpowered aus mit Drachenrüstung und so weiter daedrischen Rüstung und so weiter das kann man alles lupen und tot durch Eichsturm so und hier kann man was anschalten hier drin ist was mit den Amatrix und Gold dann muss man sich beeilen und warten bis es hier wieder zu ist und Wilkars hat es wieder mal erwischt und was nicht meins gehen kann ich da nochmal drücken ja gut ist das für uns alle Licht wir haben hier ganz schön viel Eisenzeug hier drin achso das kann ich das kann ich entscharten entscharten und neu und neu verzaubern ich habe es ja echt mit Enchant zu tun ja hier ich ein ach ich bin die Magiker tot ach neben mir ist ja noch jemand und dann mach ich mal und dann mach ich mal oh fail hab ich nichts mehr mit Magiker oder was ich muss mal gucken machen plus das mit der voll vollständigen einmal eine geringe Magiker einmal eine starke starke ey Leute ich ey ich glaube ich brauche hier unbedingt wieder Zeug weg man muss hier eben die ewige Magiker nehmen und dann tot starke kleine Magiker bisschen Wein einsame Wache und da geht es hier weiter was hast du was hast du Stahlpfeiler Eisenpfeiler Gold das im kaiserlichen Bogen Bogen Shit auch keiner hier oben ist ein Werwolf hier ist irgendwas mit einem toten Pferd Pferdefell kann man noch richtig schön Leder raus rausbringen bevor ich hier vor der bevor hier irgendwas wieder kommt da schreiche ich dich mal mit ach ja danke schön schön dass du es gemacht hast das Gott möchte aber mitnehmen ja ja und ihr habt es gerade gesehen ja ihr seid auf dein Ort jetzt ist ein wieder neuer Charakter und ich hab schon wieder beschwungen auf meinem Hof zu und ich bin stufe gestiegen Luft holen und 6 ey cool ich kann 6 6 6 2 verbessern das bringt dir nichts du bist eh tot ach so ich muss schnell ne Schnellheilung ausholen so schon besser ja ey ich weiß nicht warum ich das jetzt hier zu schnell mache ey ob ich das schon kenne ja ich kenne es glaub ich ey sobald ich dann die die schriftrolle der alten in englisch der erda squalls der erda squalls habe so heißen die ja auf englisch die heißen ja die erda squalls also diese kurse die schriftrolle der alten heisst also die erda squalls oder auch oder auch in der drachensprache die kell und so ich brauche ich jetzt ganz kurz den kettenblitz hallo bäh bäh zweimal wow zack klatsch wie ist es man vernichtet diese bei der hand habe ich eine optionale äh äh was hat die für eine rüstung an das ist dann das ist dann nicht mal unnormal ich hab dich gerufen ja komm bitte mal ja oh kurz pause so bevor ich hier jetzt noch weitermachen höre ich jetzt hier auf bis dann beim nächsten let's play von diesem spiel hier tschüss